Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu Part 2 vom Amazia. Hier ist euer Danny. Ja, zu DLP TV begrüße ich euch zurück hier in der Hölle des Schreckens oder wo auch wir auch immer sind. Ich weiß es nicht, wir werden es in den nächsten paar Stunden rausfinden, was unser Ziel ist, warum wir überhaupt hier sind, wer wir sind und was wir überhaupt suchen. Ja, werden wir mal sehen, wo uns dieser Weg heute hinführt hier. Ja, halten Sie zum Rennen aus der Bewegung heraus. Umschalt links. Ja, und damit rennen wir hier durch die Gänge, aber das ist ja nicht so schön. Hier entlang Papa, komm. Ja, was soll uns das sagen? Wir sollen runtergehen. Ja, da werden wir das auch mal tun. Wie ich es hasse, wie ich es hasse. Warum hier sind solche, warum hier sind solche Beben? Ich weiß es nicht. Hat uns das irgendwas zu sagen? Mit dem Tagebuch wurde eine Notiz J hinzugefügt. Ja, dann werden wir doch gleich mal gucken hier in mein Tagebuch. Große Halle. Große Halle. Große Halle. Große Halle. Ja, diese Stimme am Telefon. Er spricht also, als würde er mich kennen. Und ich scheine mich tatsächlich an ihn zu erinnern. Die Zwillinge, die bei der Geburt getrennt wurden, ich spüre, dass wir miteinander verbunden sind, aber das verstehe ich nicht. Ich bin ein ertrinkender Mann. Was? Ertrinkender Mann. Mann. Der eine, ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Zurück wollen wir weitermachen hier in diesem komischen Haus. Das habe ich nicht gesehen, diese Gespenster. Ja, es waren Kinder. Sie haben Daddy gerufen, aber ich bin mir doch hier. Herrgottzeiten. Was zum Teufel war das? Ich müsste es nicht wissen. Ich möchte es nicht wissen. Ja, schauen wir mal, was uns hier weiter so... entgegenschwebt. Wo zum Teufel geht das hier hin? Ich möchte es jetzt erst mal hier gucken, ob wir hier irgendwas finden. Ja, hier ist wieder eine Waffe. Was zum Teufel war das gerade eben? Ach. Da ist ein Briefchen. Ja. Schläft mein Kind. Ja, schlaf mein Kind, schlaf mein Kind. Dein Herz schlägt unter meiner Hand und ich wiege dich in diesen offenen Wunden mein, dieses Herz. Ja. Viel zum Lesen, viel zum Lesen. Ja, werden wir mal hier vorne weiter gucken. Es hat mich echt interessiert, wo es hier hingehen könnte. Ja. Hallo. Mann, Mann, du kennst mich? Wer sind meine Kinder? Trappet, Mann, das ist weit unter uns. Die Maschine ist verletzt, es ist verletzt, es ist verletzt. Die Bulkheads sind verletzt, die Kinder sind verletzt. Wenn du mir helfen kannst, ich kann dir die Verletzungen verletzen. Verletzen die Kraft, Mann, verletzen die Verletzungen, und verletzen die Großbritzen. Ah, wo soll ich gehen? Ah ja. Hallo? Hallo? Dieser Mann am Telefon hat uns gerade eben gesagt, dass wir den Strom wieder anmachen sollen für die Maschine. Aber wo zum Teufel soll hier eine Maschine mit Strom sein? Ein Grammophon werden wir erstmal anmachen. Ich muss sagen, mein liebter Mann, du schaust alles gut. Ja, Herr, ich sehe, ich habe etwas ziemlich schade genommen. Ich verstehe, was du durchgebracht hast. Ein kleiner Mann hätte es krummelt, aber du hast alles gemacht. Deine große Firma, deine Charities. Es ist ein Wunder für einen Mann und der Mann. Es wird alles klar gemacht, Professor. Aber erstens, ein Drink. Ja, Schritte im Hintergrund. Hat das hier irgendwas zu sagen? Werden wir bald sterben? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Werden wir es herausfinden, wo uns dieser Weg heute noch hinführt hier? Was uns erwartet? Ja, wir sind wieder hier in diesen Vorderraum gekommen. Also sind wir jetzt im Kreis gelaufen. Jetzt habe ich fast gedacht, da steht eine Frau. Also wenn man von hier guckt, denkt man echt, da vorne steht jemand. Aber das ist ja bloß eine Säule. Gut gemacht, gut gemacht. Kann man nicht meckern. Also bis jetzt überzeugt mich dieses Game hier zu 100 Prozent. Ja. Werden wir mal kurz hier gucken, was uns hier erwartet. Gut, hier haben wir ein paar Tierschen, die wir hier sehen. Schauen wir mal ganz genüsslich, was uns hier so erwartet, ob wir irgendwas mitnehmen können. Und ich höre hier Schritte. Ja. Mr. Schweinekopf ist auch wieder dabei. Und. Guck mal böse. Okay, reicht schön. Oh, hier haben wir wieder einen Waffenschrank. Werden wir sie natürlich mitnehmen. Oder aufmachen. Ja. Von Jäger. Machen wir diese Türe wieder zu hier. Und wie gesagt, also von Gruseln ist das hier echt Wahnsinn. Das Spiel hat echt Flair. Schauen. Aha. Wir können dieses Tire. Ja. Ah. Hallo. 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 Ich möchte nicht böses. Ich möchte nur... Ich möchte nur... Äh. Ja. Ja. Hier ist ein... Rad. Nein. Ja, wir haben jetzt irgendwas aufgemacht. Ich weiß nicht was. Bloß ich weiß, dass hier komische Geräusche sind. Warum auch immer. Ja. Warum auch immer. Ist das hier richtig gut? Die da sind irgendwie, keine Ahnung. Es ist noch verschlossen. Hier liegt ein wenig Werkzeug rum. Kann man hier irgendwie was anschalten? Nein. Auch nicht. Ist das hier ein Bauplan? Ja. Ich schmeiße mir erstmal hier ein bisschen... ...und das Möbel ja rum. Drehen kann man das auch nicht mehr. Also werden wir jetzt mal wieder Richtung Ausgang gehen und wir schauen mal, ob wir irgendwas aufgemacht haben. Ja, hier ist auch noch zu. Wenn ich höre, hier überall Schritte. Boah, scheiß doch, die waren deine. Ja, ich glaube, der hat sich ein bisschen gestört gefühlt in seiner Person. Ja, die Tür kriegt man aber auch nicht auf. Fragt sich bloß warum. Aha, aha, ja, scheinbar sind wir auf dem richtigen Weg. Hier ist eine Tür. Was zum Teufel geht hier vor sich? Huhu. Ich möchte nochmal gucken. Ich bin sofort wieder weg. Oh Mann. Ich fühle mich echt verfolgt. Aber es ist ja nichts da. Okay, das haben wir schon mal gewesen. Freunde der guten Unterhaltung, ich weiß nicht, was wir hier suchen sollen. Außer dass wir den Strom anstellen sollten und den Generator wieder aktivieren sollten. Also sollten wir jetzt uns mal den Generator suchen. Ja, jetzt ist guter Rad teuer. Ja, gucken wir mal, ob wir irgendwas noch sehen können oder sehen werden. Dann werden wir mal hier vorne langlaufen. Also hier kam er nicht durch. Warum auch immer. Irgendwie ist das hier noch zu. Sollten wir vielleicht, haben wir hier irgendwie einen Stuhl oder so, den wir bewegen könnten mit. Ja, ich glaube ich habe noch einen. Ich hätte nämlich so eine Idee. Mal sehen, ob das klappt. Wir nehmen mal den Stuhl mit. Und schweißen ihn einfach mal dagegen. Ach, funktioniert nicht. Schade, schade, schade. Ja, Freunde, wenn ihr vielleicht die Lösung im Kopf habt, können wir sie mal hier unten in die Kommentare schreiben, wenn ich hier irgendwas übersehen habe. Das geht ja schnell, wenn wir hier aufnehmen, dann sieht man nicht gleich alles. Ja. Wo könnte hier dieses Rätsel sein? Das ist die Frage. Ja, hier sind wir nochmal im Offenthaltsraum, im Kaminzimmer, Esszimmer oder auch immer. Haben wir hier alles mitgenommen. Dö, 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 dö. Eine Geige. Ja, vielleicht sollten wir nochmal hochgehen. Vielleicht haben wir ja oben irgendwas aufgemacht. Ist alles zu. Ist auch zu. Auch zu. Die sieht gut aus. Kriegen wir die jetzt auf. Nein, die kriegt man nicht auf. Ja, was ist hier das Rätsel? Das ist jetzt hier das Geheimnis. Was könnte es sein? Es muss in der Nähe sein. Ich spüre es. Ja, hier ist der Ausgang, würde er. Aber das bringt uns auch nicht viel weiter. Müssen wir jetzt mal gucken, was das hier Geheimnis ist jetzt. Wir müssen wahrscheinlich nochmal hin in das Zimmer, wo die Generatoren waren. Ich bin mir sicher, da ist das Geheimnis, hoffe ich zumindest. Ich bin mir sicher. Ja. 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 Da kann man auch nichts mehr drehen. Ja, das ist jetzt die große Spielfrage, Preisfrage. Ich bin mir fast sicher, wir müssen dann hier lang. Aber dafür muss wahrscheinlich erstmal die Türe aufgemacht werden. So, muss ja hier irgendwo ein Hebel sein. Hm. Jetzt ist guter Rad teuer hier. Vielleicht müssen wir irgendwie einen Hebel ziehen. Zum Beispiel das nicht, aber... Das sehen doch aus wie Stromgeneratoren hier. Ja, können wir vielleicht mal in eine Minute gucken. Hm. Gefundene Dokumente, dieses Herz. Ja, das hat man ja schon durch. Ja, hier drüben sieht es eindeutig aus, dass wir hier lang gehen müssen irgendwann. Wir müssen diese Türe hier aufbekommen. Wir müssen hier eine Nähe besuchen. Ich finde den Wörter nicht. Ist ja Wörter typisch, ne? Ha, 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 ha. So. Aber warum hat diese Türe so ein dumpfes Geräusch gemacht, wo wir sie vor uns aufgemacht haben? Und warum geht sie jetzt nicht auf? Was ist hier das Geheimnis? Ja, ich höre hier Schritte. Liebe Leute, lasst euch sagen... Dieser Hebel ist nicht schlecht zu ertragen. Nein. Haha. Ja, irgendwo muss ja der Weg sein. Geht ja nicht anders. Vielleicht können wir hier irgendwas übersehen. Ja, wir machen mal hier die Türe zu, dass wir wissen, dass wir hier vor... Nee, das war ja Quatsch. Wir lassen sie mal auf, dass wir wissen, dass wir hier schon vorbeigekommen sind. Ja, vielleicht hier einfach mal... Ein Blutfleck. Ein Blutfleck. Das ist doch schon mal ein eindeutiges Zeichen. Boah. Guter Rat, guter Rat, guter Rat. So, meine Lieben. Ja, damit würde ich jetzt erstmal sagen, haken wir den Port 2 ab hier. Und begrüßen wir uns dann im Port 3 wieder, wenn es heißt, finden wir dieses verdammte Rätsel raus hier. Was ist hier der Haken? Ja, da möchte ich mich erstmal ganz, ganz lieb hier bei euch bedanken. Bei unserem Energy Let's Player, der hier meine Videos sehr, sehr gerne verfolgt. Das freut mich. Und ich möchte dich auch mal ganz herzlich grüßen hier. In diesem Sinne. Und ja, wie gesagt, wir sehen uns im Port 3 wieder. Nicht zu vergessen. Wir werden unser Let's Play Flight Simulator X werden wir ab Montag beginnen. Und ich möchte von euch heute schon mal wissen, wo soll es hingehen? Und ja, wir starten von Frankfurt. Und ja, ihr habt bis Montag Zeit. Oder sagen wir mal, bis heute Abend Zeit, mir das Ergebnis oder eurem Wunsch zu äußern über unser Kommentarfeld. Einfach mal runtergehen, runtergehen, runtergehen. Unter euch ist so ein komisches Feld, da könnt ihr was reinschreiben. Und ja, haut mal eure Wünsche da rein. Und ich werde es dann für euch fertig machen. Es freut mich. Bis später. Euer DLP TV mit eurem Danny und eurem Kate. Viel Spaß. Dankeschön.